Rainer, das sind ja mal Grafiken, die ich bei dir immer ganz besonders liebe. Klar, mit diesen fliegenden Fischen drin. Das ist immer so fantasievoll und so aufreibend, weil wo findet man, wo sieht man, was gibt es für Geschichten zu diesen schönen fliegenden Fischen? Also die beiden Drucke, das sind Radierungen, kommen aus dem Zyklus Holunderland. Eine Referenz an die sprichwörtliche einsame Insel, wenn man bereit für die Insel ist. Es gibt die konkrete Insel des Hiddensee, wo ich 20 Jahre zum Zeichen hingefahren bin. Irgendwann sieht man, malt man nicht mehr Schiffe im Hafen, sondern fängt an, auch fliegende Fische zu sehen, die es ja in der Ostsee nicht wirklich gibt. Ich bin fasziniert vom fliegenden Fisch, weil er ein Wesen ist, das in zwei Welten zu Hause sein kann. Das heißt, es muss natürlich im Wasser leben, aber ab und zu hängt er mal ab und kann über den Horizont gucken. Und ich mag dieses Wesen so sehr, dass ich es sogar zu meinem Logo erhoben habe. Das sieht man auf meiner Visitenkarte hier. Der fliegende Fisch, ein Wesen, das auch mal abtauchen kann, das auch mal über den Horizont gucken kann, aber dann wieder zurück ins Wasser muss. Und diese Drucke sind also auch statt eines Zyklus, die kann man also einzeln kriegen oder in einem Buch, wo ich auch eigene Texte dazu geschrieben habe. Wie heißt dieses Buch? Das Buch heißt Holunderland, ist in einer Auflage von 25 Stück erschienen und ja, das habe ich 2006, glaube ich, gemacht. Und an so einer Radierung sitzt man dann meistens zwei bis drei Wochen und für diese, für dieses Buch habe ich 16 solcher Radierungen, farbige Radierungen gemacht. Das heißt, das war ein ganzer Sommer mit Arbeit mit zwei Assistentinnen. Und ja, dann liegt es erst mal da und wartet auf Grafik und Bücherfreunde. Also man kann es noch haben. Ja, es ist noch vorhanden. Ja, hier sehen wir eine nackte Dame auf einem riesigen, riesigen fliegenden Fisch reiten. Nach so einer guten halben oder dreiviertel Flasche Rotwein kann man das auf der Insel sehen. Jedenfalls ist es mir so passiert und das Blatt ist in zwei Farben gedruckt auf einer Radierpresse. Auflage 20 Stück und dann gibt es noch mal diese 20 Bücher. Das heißt insgesamt gibt es 40 Abzüge davon, wovon eben noch einige verfügbar sind.